In einer schönen Stadt einen so schönen Preis zu gewinnen, herrlich, besser geht es nicht. Das ist ja eine öffentliche Ausschreibung und es gibt ein Thema und das Thema war dieses Mal, wofür brennt ihr? Und wir haben einfach über das berichtet, was für uns wichtig ist in unserem Buchladen. Das Buch als Form ist uns sehr wichtig. Also die Gestaltung des Buches, das Papier, das Material, Lesebändchen kommen zum Teil vor und die machen so ein Buch einfach wertig. Also wir sind 2017 hier nach Walle in den Kern gezogen und sind hier mit so offenen Armen aufgenommen worden. Die Leute haben sich unglaublich gefreut, wieder eine Buchhandlung vor Ort zu haben. Ja, wir brauchen einen Buchhandlungspreis, weil Buchhandlungen ja die Orte sind, in denen Bücher sinnlich erfahrbar werden. Und es gibt hier ganz viele, ganz tolle, auch kleinere Buchhandlungen. Wir haben einen ganz würdigen Preisträger, die Logbuchbuchhandlung. Ich gratuliere ganz herzlich. Ich gratuliere auch allen anderen. Ich gratuliere auch allen anderen.